Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel P. Und mein Name ist Ritter Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Let's Play New Super Mario Bros. In der letzten Schlacht, und schon in der vorherigen letzten Schlacht, haben wir uns ja einen wunderbaren Kampf um den Credit geliefert, aber wir sind dann am Ende beide gestorben. Ja. Er ist schuld. Nein. Doch. Ich hatte ihn schon ein paar Mal da, wo ich ihn haben wollte. Ah ja, komm. Komm, wir müssen jetzt mal ganz dringend nochmal mit seinem Papi sprechen. Genau. Also, komm mal eher her. Oh, verdammt. Warte. Ey. Den wollte ich hab. Vielleicht. Nein. Na, ich rede dessen. Jetzt müssen wir mal einen Weg schaffen. Ja. Wir sind und werden uns von so weit schon abschießt. Ja. Ja, ich habe immer. Hallo. Du stinkst aus dem Mann. Ja, das ist ein Feind. Oh. Oh, oh, oh. Oh, mein Gott. Ja. Ich lebe noch. Ich komme zurück, wenn meine Zeit gekommen ist. Ich vom Thron zu stecken. Was? mal ein winter und da wird eine statue stehen wenn er muss seine mario bros statt vorstehen da müssen wir beide stehen mein gott ich bin schon hier ich bin auch da steroide kommen da sie gegen bau war zwei bloß nicht vor euch reinkommen der neuer kampf um den kräftigen ab begonnen na oh gott oh mein gott ein epischer kampf was ein epischer kampf auf jeden Fall Kampf irgendwie dieses Jahrzehnte komm 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 wir rennen bei uns jetzt einfach um wir brauchen keine Items wir brauchen nur einen Stern ich glaube nicht dass er irgendwie aussieht bis wir da ankommen schnell 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 komm wer rennen ihn zuerst um let's go 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 power rangers ja nein 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 hallo und du stehst einfach aus dem Mund ja jetzt hast du nach vorne geh ne geh du nach vorne ich hab sie gesagt ja jetzt soll ich ihn von hinten erlegen oh mein gott ja so muss echt aufhören solche fallen wenn sich aufzustellen die ihn jederzeit töten könnten ja der sollte vor allem den paar seine Brücke reparieren lassen weil wie oft haben wir die jetzt schon kaputt gemacht dreimal dreimal schon das ist nur durch so eine kurze Axte der für nur so umfällt so na guten Tag guten Tag ich bin von der Finanzbehörde sie haben ihre steuer nicht bezahlt ich zahl noch keine steuer ich schütte 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 im gefälligst und hilf mir danke nicht noch mal so schön zeigen er habe ich da rausgeschmissen verstehe ich mit seiner wahl jetzt kommt die riesen aus alle gewesen ja immer noch draußen weil ich nicht gerade noch getroffen habe ja ja ich mache ich platt Oh! Yeah! Ah! Oh! Oh no! Der Pisser! Yeah! Nein, raus da! Wow! Ja! Ich hab's geschafft! Glaublich, war's eine Idee! Komm, aber der erste kommt, das war ja episch! Komm, High Five! Nein! Ich wollte meine Steuern nicht sein! Au! Das muss wir getan haben! Dennoch voll hat man sehr... Hacker! Aber wir haben's geschafft! Number One! We are the Number One! Oh! Ciao! Ah, er springt gleich hinterher! Komm, auf geht's! Holen wir uns zusammen den Credit! Ja! Und wir haben irgendwo einen Pilzen auf dem Weg gefressen! Ja! Dankeschön! Und jetzt springt da so mit einem Arsch vom Bereichen! Was? 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 Dass wir in einen Karrobot haben! Wir haben einen Kurs haben! Oder Kuchen oder irgendwas! Das ist der Dankskarte! Hier, hier, hier hast du eine Dankskarte! Voll überarschen und in den Spielen nicht! Ja, da sind sie wieder! Also, äh! das wird auf jeden fall funktioniert schon runter stürzen die nächsten berg rein ich sag auch die stürzenden berg rein ja und jetzt mein gott das ding ich glaube diese karriere ist ein bisschen überpower vor allen dingen die sieben kuperlinge und bau sondern auch noch mittragen kann noch mehr verschwindet wir sind hier auch genau wir sind die helden wissen die die helden und ich habe geholfen übrigens ja kommen springen noch ein bisschen mit dinge töten sie sagen ein bisschen die münzen ja das war die super war aber ich habe noch nicht vorbei natürlich nicht in das game design shige yuki aske daikiewa moto drunter kann auch die level designer kaputt zu machen ähnlichem super smash was man die krebs zerstören kann ja ich finde es auch das ist überhaupt notwendig weiß doch ja wie mario und luigi aus ja kein klatschen hat kein klatschen kein klatschen für mich das ist mein tod der blau aus meiner applaus sowieso viel lieber hw jetzt die mieter pokémon kampfen den tor der blöde 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 zuerst erverein zu um das und das war sehr wichtig den stammverein purf online ich bin zurückgeschreckt setze vergeltung rein immer danach wie leben oder was ich habe nicht am ich habe ich sag keine ahnung ich habe sie bei mir als ich noch zu hause war habe ich ja nicht auch so muss man was du durchgespielt alleine ja ja ein bisschen noch geübt das macht sie das macht sie wollen wollen wir schon wieder geklaut ich brauche mein eigenes über mich irgendwie 20 machen ja aber das müssen wir spielen spielen einfach so viel lassen ja nur irgendwie in abgründe genau dann sind es nur zwei leute die in wahrheit spielen ja aber das kommt noch vielleicht eine fortsetzung ja mal schauen er hat man sagt die hochgeladen werden ja so viel bleibt nicht mehr zu tun und da wir jetzt ja schon wieder die welt gelernt haben und diesmal wir beide ja ich habe voll mit geholfen das war mit geholfen ich war deutlich besser als den anderen spielen und du hast mich deutlich besser was auf jeden fall viel besser als in super mario 3 aber ich glaubte was auf diesen mann besser hin und du warst naja ich habe mich nach dem leben ja 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 wenn das ich noch geld verdienen ja nie mann immer nie mann immer mann kommen müssen gelten wie so wie war irgendwie mal unterhaltiert ich habe mich prinzessin die mir irgendwie andere und weil ich jedes mal bezahlt wird wenn ich den königreich rette also ich muss noch ich muss noch klempte arbeit ja wo sich ja auch oder fliegende münzen aufsammeln wir haben wie man gerne mit ihnen kommen wir stellen sie bitte doch wir sehen wir sind immer noch da wird man den tempo abgedeckt werden von den nintendo abgedeckt aber wir haben es geschafft jetzt noch die letzten der will so herzlichen glückwunsch das spiel beendet deinen speicherdaten wurde ein stern hinzugefügt du kannst jetzt jederzeit im menü speichern die röhren bringen dich jetzt auch zu einer geheimen insel aber das ist nicht alles schön stören stören die röhren bringe ich jetzt zum pasta wunde war übrigens hast du denn schon alle sterben müssen gesammelt ja wo wir sind die da amt ist jetzt gleich sehen das gefällt mich ist dröse stimme immer alle stellen uns im schloss gesammelt wofür das nur gut ist ja genau mein das deswegen dafür und da braucht man die sterben müssen damit die level freigeschaltet werden ja du ruf sagt man sagt doch ein was allen level inklusive dmps schloss geschafft glückwunsch die wurde der zweite stellen verlieben oh my god ja du hast alle stellen müssen inklusive den aus piet schloss geholt wir wurden der dritte stellen verliehen zwei drei sterne spieler aber wir sind natürlich noch nicht fertig wir können jetzt auch in jedes totes noch mal gehen aber nicht immer noch items bräuchten wir aber nein aber erst mal fangen mit der geheimen insel an denn als durch fest die geheime insel das wusste ich einfach auch nicht es ist das zu hause von ob sie sehe ich das an leck mich hat der alles geklautert hier sind wir unsere statistik haben wir überhaupt nicht gesehen aber erhalten applaus auch schon gemacht und dass ich glaube ich kann ich kann ich kann wir mal viel mit joshis reichen ziele ist so schlicht gewesen ja gehen wir zurück unsere stadt ist ja damit gehen wir nach hause ja nicht kommt auf zum superstar war sie ist bereit ja ja super starke war die letzte welt acht genau von dem ersten an knochenbaden den himmel die schnappen und jede will jedes level ist an eine welt angepasst diese hier zum beispiel ist aus dem eichenhain bekannt der hintergrund achterbahn ich mag keine achterbahn ich hab sie mir geschnappt du hast sie geschnappt seit meinem menschlichen schutzschild oder so oh mein gott nach hinten wir haben es doch fast geschaffen direkt war sie wahrscheinlich ja stimmt sogar knochen bahn im himmel noch mal warum nicht so mit dem fahrer mit busfahrer zu wenig verboten das ist ein klop, Aua, mach das nie wieder, Junge ich habe gehört, ich habe gehört da bist du draufgegangen du hast dich doch verdient ich bin draufgegangen ich bin draufgegangen du springst in Berlin ich bin gar nicht gesprungen du hast auch ein sieg help me get me out of here das Ding ist doch schnell, ich muss es nicht kontrollieren nein 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 ja nein ja au au jetzt kann man nichts doofes machen ja zum Beispiel springen ja ja ich bin verrisse er sich nein h h h h ich komme h h h h h Ja! Ja! One-Up! Okay. Oh! Yeah! Oh! Wow! Was? Keine Ahnung. Was ist denn jetzt? Hast du irgendwas genommen? Haben sie Drogen genommen? War mir sogar bereit. Nee. Das war echt im Spolen. So. Also. Behalte du den Pinguin anzu. Ich nehme den Propeller. Pinguin? Da gibt's noch einmal. Pinguin? Da waren wir ganz spiellang. Keine Ahnung. Okay, ich weiß. Ich weiß noch mal. Hast du das jetzt gerade gewusst? Ja. Das hat sich ja nicht gelohnt. Klasse! Wo waren die Power-Ups? Ja, ganz spiellang. Ich habe keine Ahnung. Ich habe vor die Verschwendung. Ich frage mich, warum sie jetzt erst kommt. News von Luigi kommen die viel früher. So. Für das Level soll... Für das Level brauchen wir das. Weil das ist schwer. Weiterlaufen bitte. Weiterlaufen bitte. Weiterlaufen bitte. Es gibt hier nichts zu sehen. Folgen sie mir. Es lauft! Okay. Ich spiel. Nee. Das ist leider nicht möglich hier sind. Überraschen? Ja. Ich muss jetzt hier die ganze Zeit abstürzen oder was? Ich sehe schon, wo ich nachts gespürt. Oh, keine Flügel. Verdammt. Ich glaube, der hat... Ja! Ach, tausend! Trotzdem bin ich irgendwie eher rangekommen. Ja. Weil die war irgendwie schlicht, die Level. Yeah! Weil ohne hier die P-Eichel ist das sauschwer, das Level. Das habe ich am eigenen Leibe erfahren. Okay. Okay. Schon gleich die heftige Beschaffung. Ja. Einen schaffen wir noch. Auf der Flucht! Okay. Wir sind auf der Flucht. Wir sind Gangster. Oh ne. So. Wo sind die Retter hier? Hallo? Wir sind immer noch auf der Flucht. Vor ihm, hier! Ah, nicht der Schniefel. Doch, nein! Doch, nein! Versach! Töte ihn! Komm, sei du nun und sei du meine Frakeling. Okay. Das heißt, du musst vor... Oh Gott, da kommt er wieder! Schnell! Tötest ihn! Oh mein Gott! Oh no! Oh no! Oh fuck! Ob du dir hattest? Du musst töten. Ja, du musst töten. Ich kann nicht. I can do shit! Du bist auch. Ich bin der Rechner der Entrechten. Der Rechner der VR... Na? Der Versprecher der... Haha. Hat er dich aufgefressen? Glaube schon. Ich bin sofort hoch gewesen. Dann hat er dich aufgefressen. ja 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 hallo hallo also hat mich wie hat er sich die blauen geile frisur ja ich denke sie macht ihr noch irgendwas richtig ich glaube wir brauchen eine neue taktik noch einmal versuchen ja komm komm wir sind pinguine ja das sind die pinguine aus madagasker in einer der ganze zeit sachen aus dem punkt du bist ein rico aber auch ich habe ein pinguiner zu verlohn gut gemacht die fresse kommt ich kann ja der fisch als blut ist und der kommt nicht so was machst du da nicht töten muss doch nur schießen ich habe doch geschossen das kommt auch ins west auch schon noch mal noch mal er kommt letzter besuch vor heute also eine minute oder so dauert das ja blöde asiat fisch das ist kein asiat fisch das ist ein mongolen fisch ich habe ihn getötet und ich glaube der wollte mich aber auch fressen aber ich habe ihn getötet mit feuer und was ich wollte doch nur töten ich wollte natürlich kommen wir gehen dann ruhig ich hab doch gesagt du sollst einfach durchgehen einfach immer mit dem kopf durch die warte ich gebe mir noch einfach blind alles töten so wie ich so hast auch blind alles getötet ja was hat funktioniert nicht auch genau schnell in die blase in die blase ich lebe da noch es töte alles alles nur ein b-knopf was immer bei dir ja schießen ist das y ich habe mir jetzt die sternen und du gehst in die röhre nicht umgekehrt ok du gehst in die röhre ich für mich stammt genau schnell wo sind hier die rein oh ja jetzt sind wir tot das kann doch nicht sein sind wir wirklich so doof das war es jetzt aber hoffentlich schaffen wir alles im nächsten part ja dann könnt ihr nämlich in den nächsten part auch schon das finale kommen ja also bis dann auf wiedersehen